Oh mein Gott, der geht mir echt auf den Sack. Kann er nicht mal von selber drauf kommen? Wie denn? Er kommt noch nicht mal von selber drauf, wenn seine Mutter Geburtstag hat. Soll ich einen Spruch in meine Story posten? Nee, das bockt nicht, ausgelutscht. Ich hab's. Ich poste eine eigene Frage in meine Fragerunde. Ja, Mann! Okay, was könnte ich für eine Frage stellen? Wie sollte dein Traummann sein? Perfekt und senden. Okay, los geht's. Hm, also er sollte sich auf jeden Fall nach dem Streit immer zuerst melden. Er sollte mir nach mindestens einer Sekunde, okay, nee, eine Sekunde ist echt zu übertrieben, nach zwei Sekunden geantwortet haben. Perfekt. Er sollte seinen Standort mit mir 24-7 teilen. Und das Ganze natürlich freiwillig. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Wenn er nicht mindestens 20 Mal fragt, ob alles gut ist und sicher geht, dass alles gut ist, dann ist er auch kein richtiger Mann und erst recht kein Traummann. Okay, perfekt. Und in die Story posten. So, wenn er jetzt nicht alles richtig macht, weiß ich auch nicht. So, wenn er jetzt nicht mehr hat, weiß ich auch nicht. Vielen Dank.